Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video und zwar fahre ich jetzt in den Stall und es ist dieses Wochenende ein Turnier bei uns. Gestern war es für uns nicht ganz so super. Der Espresso ist zu Hause eh immer ein bisschen wild und macht ein bisschen was er will. Es ist echt schwer irgendwie durchzukommen und schönen Parcours durchzureiten. Heute ist das Wetter auf jeden Fall richtig schön. Es ist strahlender Sonnenschein und blauer Himmel, also richtig schön. Ich schaue jetzt mal ob ich im Stall jemanden finde, der ein bisschen filmt. Ansonsten seht ihr jetzt hier nur die Prüfung im Anschluss oder halt noch ein bisschen was drumherum. Bis dann! Juchu, gleich gehts los! Bist du schon aufgeregt? Bist wert sein! Espresso, bist du heute lieb? Mh. Schön wär's schon, ne? Mh. Ja! So, gleich gehts los! Hoffentlich benimmt er sich heute mal eine Esel. Und das Lass bei mir? Wie wird's das hier? Und das sieht richtig aus. Heißt? Hinten ... In der Anhaltung? Bist du heute? Und das? In der Anhaltung? In der Anhaltung? Dich? Das ist float Pech. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Mensch, du bist ein Profi! Aber dann macht das vielleicht kaputt. Werf's mal vor seine Füße. So ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause und wie ihr ja gesehen habt, hat die liebe Alisa ein bisschen gefilmt und hat uns ganz viel geholfen. Nochmal danke, liebe Alisa. Und ja, der Espresso war heute um Welten besser als gestern. Gestern ist er ja nur durch ein Parcours gerannt. Wie ein Irrer, wie vor sieben Jahren, als ich ihn bekommen habe. Ich konnte eigentlich nichts mehr machen. Jeder, der am Rand gestanden hat, hat gesagt, ja, schnell wart ihr. Also der war wirklich, der hat den Kopf ausgeschaltet und ist nur noch gerannt. Völlig gaga. Naja, und heute war er auf dem Abreitplatz auch ab und zu mal wieder ein bisschen wild, weil er sich ein bisschen mit aufgeregt hat, wenn die anderen Blödsinn gemacht haben. Aber es ging dann immer wieder. Und im Parcours hat er dann auch vor dem ersten Sprung ein bisschen Blödsinn gemacht. Wollte richtig Gas geben. Aber es ging dann. Ich habe relativ schnell immer wieder die Kontrolle bekommen. Auf jeden Fall viel besser als gestern. Bin sogar um manche Kurven relativ langsam geritten. Und ja, leider ist genau, als ich den Parcours reingeritten bin, die Speicherkarte von der Kamera voll gewesen. Deshalb hat der Alisa dann mit dem Handy gefilmt. Ähm, ja, es fährt halt nicht so rangesumt hinten bei den Sprüngen, aber ist ja nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. Es kommen ja bestimmt auch noch ein paar Turniere in diesem Jahr. Ich bin auf jeden Fall zufrieden für das erste Turnier in diesem Jahr. Gerade auch, weil es bei uns zu Hause war und weil er da eh immer ein bisschen wild ist. Vor zwei Jahren, als er bei uns Turnier war, ist er kaum außen rum gelaufen. Hat nur Blödsinn gemacht. Und wollte gerade Hupke jetzt aus dem Ausgang wieder rausrennen. Ja, also klar hätte es besser sein können, aber ich bin jetzt erst mal zufrieden. Es war eine große Steigerung von gestern auf heute. Und ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!